Sooo Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft da wechseln wir gleich die Musik so und weiter geht's wieder Wir wollen heute die Leiter hoch machen und dann ähm vom Dach ja das Dach irgendwie ein bisschen ausbauen und gucken wie das so läuft ein bisschen Fackeln hin machen denn denn wir wissen ja warte die Fackeln denn wir wissen ja dass sonst Monster oben spawnen Ich hab hier schon irgendwo das Loch genau muss es aber doppelt sein Hier kommt der Ding hin So Okay Oh Alter Fick dich Fick dich Fick dich Nein Nein Hr 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 Tricks, alter Tricks, Wichser, ich kotze ab, guckt euch das an, guckt euch das an, du Wichscreeper, du dreckiges Arschcreeper, ich bin gerade so angepisst, guckt euch diesen Schaden hier an, drei Creeper, alter ihr Dreck, ja, und klar, und ich bekomme hier alles hier wieder, weißt du was, weil so viele Dinger jetzt, ich glaube, da fehlen jetzt Blöcke, ne, klar, aber, ach, ne, das reicht noch, wir haben zwei noch, alter, ihr verfickten Dreckscreeper, ich kriege gar so gekriegt, ich könnte schon am liebsten wieder hier, ich hasse Creeper, ich hasse Creeper, das brauche, wir haben zum Glück das Holz noch, aber, da, 15, wir haben nicht mal mehr das Holz, Boah, ich krieg so die Krise, wie kann man so ein Fickdreck, Fick, oh, nee, hier ist auch kein Holz mehr, ne, das war ja alles unten, oh, Fick, die, Fick, die, schlau, ja, 10, ob das reichen wird, boah, ich krieg die Kotze, Ja, klar, mhm, alter, legt, doch am Arsch, eins fehlt, mhm, eins fehlt, ein dreckiger Block fehlt hier, boah, ich krieg die Kotze, Ich krieg die Kotze, da kann ich fast wieder speien hier, so freu ich mich, dass ich hier wieder fast speien könnte, So, und das Holz ist ja super, dreckiges Arsch, Fick, Creeper, Dings, boah, ich krieg die Kotze, weil, so hab ich mich noch nie in dem Let's Play aufgeregt, Aber, wie, warum, warum spawnen da ausgerechnet Creeper, nein, kein Zombie, kein Skelett, nein, drei Creeper, drei verfickte Dreckscreeper, Boah, ich krieg das Kotzen, ich krieg das große Kotzen, nicht das große Krabbeln, das große Kotzen, So, jetzt kommen wir aber nach oben, wir kommen nach oben, ich muss ein Brot reinwerfen, damit ich mich heile, Ach, und da hab ich, hat der Feindehör noch einen Block vergessen, meine Fresse, ey, Das ist schon wieder, die ganze Folge ist versaut, ich, ja, mach halt den Kackton hin, die ganze Folge ist scheiße versaut wieder, Hier, hier, Fackel hin, damit schön nichts spawnt, mhm, so, schön auch in die Ecken hin, Wenn wir kontrollieren, hier, Black Level, Black Level, Black Level, Black Level, Black Level, so, mal gucken, Ja, gut, machen wir hier noch eine Fackel hin, damit er auch wirklich nichts spawnt, da auch, Oh, Alter, ich krieg das, ich kotze ab, ich kotze, 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 ich kotze so dermaßen ab, Nee, so, und jetzt machen wir uns so hin, so eine schöne Umrandung hier, was auch so geiles, Boah, ja, das machst du toll, toller Lichtbar, Boah, ich krieg so ein Hals, so ein Hals krieg ich hier schon wieder, Warum steht da eine Kackfackel, wer hat denn die hier wieder hingesetzt? Hau wieder so ein Creeper, Meine Fresse, So ein Fick, ey, Hätt ich's doch gleich hier hinsetzen können, Boah, Boah, Nee, das ist schon besser hier, Ja, nee, dann sieht man es auch, egal, Wurscht, Hm, Normals Holz haben wir natürlich nicht hier oder bei, normal ist das andere so, So, wo ist hier, Die Mitte, Da, Machen wir hier so ein schönes Fenster rein, Zum rausgucken, Auf der anderen Seite machen wir Balkon hin, Richtung Meer, Boah, ich krieg's kotzen, Ich krieg's, Dö, 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 Ah du mich ja auch Runterkommen, 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 Ok, es geht know, Ah, die Sonne geht schon wieder one hundred, Boah, schnell ins Bett, Jetzt kann ich mich, das ist ja nur ein Schaden, ich fixe es kurz, kurz, wirklich schnell, damit hier nix spawnt, oh, nehmen wir doch die Abkürzung, würde ich mal sagen, ouch, so, geh ins Bett, geh ins Bett, geh ins Bett, ja, schön, oder noch der alte Screen, oh, ich spiele gerade ganz schlecht mit dem Dings hier rum, weil es mir gar nicht aufgefallen, sorry, sorry, ja, Loch, das erinnert uns schön hier, ich nehme jetzt erstmal Holz mit, okay, es geht wieder langsam von der Stimmung her, nee, nee, die Stimmung geht doch nicht, weil ich kein Holz mehr habe, weil er der PC abgekackt ist und ich alles rekonstruieren musste und wo wir das Holz gesammelt haben, war halt schon leider, in der Zeit, wo wir halt, äh, ach, egal, scheiß drauf. Mhm, nein, ist ja nur ein Spiel, ist ja nur ein Spiel, ist ja nicht so schlimm, boah, ich hab doch hier gar nicht abgehakt. So, jetzt sind die Bäume natürlich wieder da, ich weiß, ich kann auch nicht nachgucken, so viel Zeit habe ich auch nicht, dass ich die, die Bäume wegwähle, ist doch jetzt eh egal. Naja. Also man merkt schon, die Stimmung ist ein bisschen down wegen der Creeper, aber gut, kann schon nix machen. Ist jetzt schon passiert. Da muss man jetzt leben. So, das reicht, aber komm. Probieren wir mal so einen anderen aus, yo. Ja, sieh die schneller, ich weiß doch nicht. Hm. So, rund um dir. Oh, die weg. So. Hätte ich ja, mh, gleich dann an den Raum füllen können. Naja gut. So, weil ich ne Kopie will, der ja schon sowas ähnliches vorbereitet hat, kann ich jetzt genauer abzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und das neunte ist es, damit es symmetrisch ist. So, was ich hier genau mache, was wir da jetzt sehen. Soll ich das Fenster so, ja doch, so passt. Dann muss das noch weg, das noch weg, das noch weg, das noch weg. So, aber ich werde das gleich sehen, was ich hier mache. So, ah, okay. Was macht er denn? Was macht er denn, der Chainson? Was macht er denn? Falsches Holz, warum immer genau das gegenteilige Holz? Okay, dann hier auch noch. So, so, so. Oder? Ja doch, so passt. Jetzt seht ihr Fenster. Fenster, die. Hm. Oder hätte ich es eins höher machen sollen? Nee, das. Guck mal. Doch, das passt schon so, oder? Ich hätte es auch eins. Boah, nee. Hm. Oder? Nee, mal schauen, mal schauen. Doch, 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 das kann man so machen. So ein Sch... Hm. Ich überlege gerade echt. Wenn sie von außen zieht schon. Oh, nee. Doch, das geht schon. Autsch. Ja, hätte ich nicht ein bisschen weiter. Komm. Komm. Jo. Aber doch, das geht schon. Hab ich noch... Nee, Klaas hab ich nicht. Aber so kann man das anbieten. Doch, 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 das geht schon so. Bräuchte ich halt jetzt noch Glas. Geh nur gleich unten rein. So. So. Weg mit dir. Glas. Glas, Glas, Glas. Hab ich dir... Irgendwelche Glasprodukte? Scheiben hab ich. Äh, doch. Scheiben sind besser. Hopp, komm. Hoch mit dir, Junge. Okay, hier wollten wir nicht. So. Scheibe. Da hab ich mir überlegt, ob ich da... Ich überlege, das sieht echt bistokopisch aus, dass wir vielleicht hier... Scheiben... Oder noch hochgucken können. Ist die Frage. Weißt du, was ich meine? Also, dass ich hier um... Hm. Nee, mach mal erst mal hier... Weiter. Nee. 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 Ich weiß jetzt nicht... Von innen sieht's halt kacke aus. In der Kopiewelt hab ich so... Da hab ich's eins höher gemacht. Aber dann konnte man das so direkt raussehen. Aber so sieht's, find ich halt kacke aus. Das Fenster. Oder? Weil wenn wir das... Hm, hm. Oder machen wir das so als Schrägfenster? So. Achso. So. So. So, dann... Hm, nee, das... Oh. So. Boah, ich weiß nicht. Hm. Hm. Das sieht kacke aus. Oder? Nee, dann müsste das ja noch weg. So. Ach, fick dich doch! Warum hast du das... Aber das ist so unauffällig. Gut, ähm, ich würde sagen, das machen wir auf der anderen Seite. So ein Fenster. Und dass wir hier das einfach eins höher machen. Kann man nicht machen, aber es soll halt auch von ihm gut aussehen. Und dann machen wir... So. So. Und nehmen die Dinger auch nochmal vor. Das ist jetzt so. Dann kommt die hier weg. Und die Reihe müsste dann theoretisch ja auch noch wegkommen. Dann machen wir es einfach eins höher. So. Kommt hier hin. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Nächstes Fenster. Er ist so groß. So, so. So und so. So. So, dann haben wir es nämlich so. Machen wir es hier unten wieder in die Treppenhand. So. Dann kann man halt nicht mehr so gut rausgucken. Oder bessere Idee. Das ist nämlich, glaube ich, was Besseres. Wir haben hier das Fenster. so, 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 so. Dann machen wir es doch einfach so. Und dann haben wir hier so eine Fläche. Wo wir dann... Hm. Nee, der Nehmer. Das kann doch theoretisch auch. Jaja, ich habe schon eine gute Idee. Ähm. Wir machen uns hier nochmal so ein Table. Damit wir nicht runterrennen müssen. Naja. Neu, ich sag's schief. Das ist sehr krass. Okay. Davon haben wir ja noch genügend. So, da packen wir so viel rein. Wir machen uns ein paar Treppen. Denn ich würde sagen, das sieht besser aus. Das connectet ja auch. Weil wir haben hier das als Dachboden. Hä. Dach. Boden. Hä hä. Art Witz. Connect. Ja, das connected. Das habe ich auch noch nie gemacht. So. Dann passt es sich hier an den Randern. Geht über. Dann haben wir aber trotzdem noch... Ja gut, das passt sogar. Komm. Pushe mau. Macht ja nichts. Können wir uns hier so hoch und kann trotzdem noch hier rausgucken. Einigermaßen. Oder so. Oder so. Tief. Okay, geil. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Weil jetzt... Hm. Hm. Es ist schwierig. Also, wir machen einen Cut. Ich überlege mir das noch. Bis zur nächsten Folge. Und dann schauen wir mal weiter. Ciao. Ooh. Vielen Dank.